Prinz Johann Friesow der Niederlande ist tot. Der Sohn der ehemaligen Königin Beatrix und Bruder von König Wilhelm Alexander verstarb am Montag. Das teilte die niederländische Regierung am Montag mit. Der 44-Jährige lag nach einem Skiunfall in Österreich seit Februar 2012 im Koma. Komplikationen durch die Hirnschäden nach dem Unfall hätten jetzt zum Tod geführt, heißt es in der offiziellen Mitteilung. Prinz Friesow war erst im letzten Monat von einem Krankenhaus in London nach Den Haag verlegt worden.